Er hat 20 sein Fans, schönes LK-Sein und wir haben versprach das mit euch vor. Ihr seht, wir haben ein bisschen was aufgebaut. Wir haben nämlich die große Filmshow vor. Die werdet ihr jetzt gleich mitgegeben. Ihr seid schon alle auf Abschluss gegangen. Das wissen wir nicht. Ihr könnt ja Theos von der Nachform machen. Auch sagt, ihr fühlt euch wohl. Ich darf es uns vorstellen, dass mein Name ist Theos von Högl. Ich arbeite jetzt den Kondiment moderat. Und das ist ein großes Vergnügen. Heute ist auch dieses Sturm vorbereitet. Es hat ja mittlerweile viele Jahre gedauert. Vier Jahre, bis wir uns in dieser Form schon wiedersehen waren. Und jetzt haben wir, das habt ihr ja schon gesehen, alle Produkte, alle Maschinen, die wir quasi ankommen haben. Und nein, die Haargröße hat eben diese Fliegerung auch heute für euch. Was haben wir vor? Wir haben verkannt und wir haben Schlagzeug. Die legen dann los. Aber bevor die losstehen, haben wir einfach gesagt, wir wollen ein bisschen Interaktion in der Mitte bekommen. Also mit euch haben. Und zwar gibt es einen ganz bekanntes Slop. Einen ganz bekannten Klang von Feld. Der lautet wie? Die Laute. Ja, die Laute. Ja, die Laute. Fertendi. Fertendi. Fertige... Fertig! Fertig! Ihr seid gerade dabei, ja? Ihr seid, ihr seid, was? Ich liebe mich. So, ein bisschen, ich nehme, wir haben hier schon bei 1, wir haben hier und wir 2. Das beginnt aber mit dem Text des Volkes hier, wo wir uns hier dazugeben. Das heißt, ich starte noch nicht, wenn es ganz, ganz laut geht. Nee, ja, ich bin gar nicht laut. Ihr, da auf jeden Fall, das ist noch so. Das ist richtig greiflich. Genau, ihr, der, wir, da waren wir hier vier. Ich sch MOR EKG übe Gas. Ich beginne weiter. Ich bin meinem Schaden hier, ich hier war nur circa trois, bitte alle wieder kommen, ja? Ich beginne noch, alles уст amps. Ihr seid heute wieder 2 nós. Danke. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 das ist genau das das ist genau das das ist 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 das wir haben jetzt mal einen Tag bekommen oder wenn der Tag ist dass er sagen muss er soll das oder nicht so geht Wenn er nichts am Hänger drauf hat, dann muss er sagen, dass er einfach so ist. Ohne Hänger muss ich das sagen, dass er demnächst nicht funktioniert, wenn er am 6. Tag startet und los war. Das ist ja super. Wir sprechen Langlahm-Essen-Heulen. So, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020